Magnesium-Zeug. Und das war... Was nämlich auch mal fertig ist. Nur mit Magic wird brauchen wir ja noch mehr Reiche dafür. Weil ich hab' ich jetzt schon wieder verballert. Ja, wir brauchen noch mehr verzauberte Bücher. Magnesium. Ja, Magnesium fehlt mir. Magnesium fehlt mir. Ja, ist kein Problem. Stampe. Ich guck mal gucken. Hier hab' ich nichts mehr drinne. Sollte ich dir jetzt was gegeben? Ich glaub ohne Strom. Klar. Holte auch eben hier eine Zelle ab. Hier hatte ich 41 Magnesium. Hier sind noch 4 Magnesium. Und hier sind auch noch paar Magnesium. Also Magnesium könnte ich machen. Ja, ne ist egal. Ich baue das selbst ab. Wir haben ja unten. Also machbar wär's. Dann würde ich ein bisschen... Kann der Maul haben. Ja, und ich sag heiz den Maul. Ich mach mal ein bisschen, dann krieg ich ja die Kissen leere. Ein Stück davon, ein Stück davon. War ja nicht so. Ähm. Zack. So, okay. Machen wir doch schon alles fertig. Eins. Zack. Zwei war das auch so. Bauen wir die wieder schnell ab. Zack. Eins. Zwei. Ja. Einzig da raus. Einzig dafür rein. Ja, ob sie den konnte ich damit auch abbauen. Ähm. Ähm. Was war das? Das sind 16. Ne, das ist da. Genau. Ne, das Blauzeug ist das. Okay. Einfach brauche ich. Zwei. Dann heißt es Stack. Ein Stick. Ein Stick Manesium. Was ist das andere? Ist das O? Ja, und ein Stick O. Warte mal. Faktiere. Ich lass mal ein bisschen herstellen. Schnell. Ab zu den Binis. Binibini. Binibini. Binibine. Eigentlich mal draußen. Ein bisschen rum. Arbeiten. Oh toll. Jetzt komm ich da nicht hoch. Ich hab Blöcke hier. Elf. Und. Zölf. Äh. Eins. Spätestens 19 Uhr, ne? Vier. Vier. Fünf. Nimm dich gleich schon. Ich weiß. In zwei Minuten. Boah. Das war wieder übertrieben heute. Nein, ach das ist doch nicht übertrieben, Mensch. Das ist doch nah armlos. Hat Spaß gemacht, ne? Ja, weil man viel vorangekommen ist heute. Obwohl ich gestorben bin, aber es passiert halt. Keine Yolo. Wie oft bin ich denn gestorben? Yolo. Ja. Immer da hin. Wie oft bin ich gestorben? Frech gehabt. Bisschen du. Ja. Ja. Ich mach eben noch hier die Stromzelle dran. Und dann wär ich auch ready. Oh. Oder fliegen. Wenn wir grad noch ein bisschen überziehen, ist nicht so das... Nö. Ich weiß nicht wie viel insgesamt. Und... noch da ist. Oder meine Aufnahme gemacht hat. Obsidian! Klatsch. Ja, wir müssen generell aber das ganze Obsidian, was da noch ist, abbauen mal. Ja, ja. Eins, zwei, 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 drei, vier. Hm, zwei, äh, für die Bücher. Hast du alles verbraten. Da waren nur zwei Leder. Ja, eigentlich nicht. Doch, zwei Leder hab ich aus der Truhe genommen, weil ich zwei Bücher brauchte. Ich brauch noch eins davon, eins davon und auch zwei davon. Ach komisch, was soll das hier raus? Wahrnehmung, irgendwo hatte ich noch was. Zwei. Ja, da hast du wieder was reingetan. Da ist es. Da hab ich, dass wir dann eigentlich eine Kiste reingeschmissen haben. Ja, also ich hatte zwei aus einer Kiste rausgenommen, die unten war. Zack. Ich soll noch was von dem Zeug erstellen. Von dem Drogen Zeug, da... Ähhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. No, 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 no. Wartet mal. du denkst du ganz was willst du hier was brauchst du noch herr wird es doch und das im blöcke zum bauen habe ich dann schlachte doch eine kuh haben wir doch noch müssen ja immer zwischendurch füttern mehr eigentlich haben wir noch wenn er noch mehr ich habe auch nicht mal verwendet 2 hat wie gesagt 2 hatte ich für die bücher benutzt was wärs denn er ich mehr nicht brauchte wird das nämlich auf level 30 eigentlich erhöhen deswegen ja ich hab schon was ich weiß ich nicht so mann jetzt komme ich doch nicht anders ich habe keine cloud bottles mit die meisten verlohner fortune 2 unbreaking 3 oh geil fortune ist immer gut Musik gerade, ey, voll derpy. Ja, du weißt. Okay, die Industriedinger funktionieren super. No Queen. Okay, super. Das verstehe ich auch, als ob die funktionieren sollen. War ich nicht. Baaaaaah. Nein. Baaaaaah. So, jetzt komme ich zurück und da könnten wir eigentlich nach dem Obsidian herstellen. Ach, ich hätte mir auch sagen können, schmeißen wir mal ein goldenes Laster runter. Aber, ist ja nicht so. Könnte ich eigentlich noch einen Mini-Flash da reinwerfen. Machst du das. Hast du ja noch nicht. Nö. Ich habe leider noch kein Mini-Flash da drinnen. Oh ne, nicht da einen runter. Leck? Nö. Ja, das hat nur geleckt. Jetzt hat es geleckt. Ach, die goldenen Eier sind ja da. Hey. Goldenes Ei, schlack. Tu deine Aufgaben. Goldenes Ei, dreh dich. Dreh dich. Ooh. Können wir schlagen, da rät sich. Oh. Oh. Oh, jetzt geht's. Jetzt geht's. Ähhhh. Ja. Ich gehe schon mal einen Schritt nach hinten. Ich habe es. und da heben ein paar blöcke ab jawoll das leder oder was ja was passiert kann mir kleiner zähle kleiner flash ich habe dich viel verzauberte bücher hat man denn hier